Man sollte eigentlich nie abbrechen, aber das kennen wir eigentlich gar nicht anders, denn dieses Stück sehen wir nicht hin. Das liegt einfach daran, dass jeder, jede Stimme spielt nur einen ganz kleinen Baustein. Drei Töne, dann wieder zwei Töne mix, die anderen spielen irgendwas, in jeder Stimme, mal irgendwo irgendwas, völlig unorganisiert, für Sie wird das recht komplett für uns schwierig. Darum haben wir das immer im Pizzicato gegeben, damit es wirklich auf den Punkt kommt. Und das fanden wir so schön, da haben wir gedacht, wenn es wieder schief geht, dann machen wir es auch für Sie. Also jetzt einmal Pizzicato als Übung, Ramon wird es mir verzeihen und dann im Original. Applaus 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 Vielen Dank.